Soda! Servus hier von einer sehr dunklen Kameraeinstellung, wie ich gerade bemerkt habe. Schon langsam kriege ich das Format voll, der ohne Werbung Formate. Natürlich wird es schwer manche Straßenbahnen zu filmen, die ohne Werbung sind. Zum Beispiel eine Heidel-Straßenbahn oder eine Grottenbahn-Werbung, die schon seit 10 Jahren auf einer Straßenbahn um ist, wird es schwer einmal diese ohne Werbung filmen zu können. Aber jetzt da vor uns steht gerade der Straßenbahn Nummer 62, das ist halt auszubringen. Ja, die hat schon Werbungen vom Passage oben gehabt, vom Thalia und das letzte war vom Diagnostikum. Na, dann sage ich jetzt schon wieder Servus und bis zum nächsten Mal.